Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stranded mit Balooie und Eichem. Sein bescheuerter Name. Hallo. Ich bin eine, ja also bei mir heißt es weiter Crashkartzen, bis wir uns da, Leute, Leute, Leute ohne Scheiß, schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr dieses Projekt kaufen würdet. Wir werden dann in einer der nächsten Aufnahmesessions in einer der Folgen darüber abstimmen lassen, jeweils, was für ein Name das ist. Ja, richtig. Sieht ja schöne Abstimmfunktion, wer das noch nicht gesehen hat. Oben in der Infocard gibt es die meistens, aber halt nicht jetzt, Leute. Ist wichtig, dass es nicht jetzt ist, sondern halt erst später. Das ist halt wichtig. Das ist wichtig. Leute, das ist wichtig. Wichtig wie Katze. Das ist richtig wichtig. Richtig richtig. Richtig wichtig. Richtig wichtig richtig. Richtig wichtig. Also so richtig gewichtig. Richtig wichtig richtig wichtig. Ich finde, meistens bin ich ziemlich gewichtig. Aber richtig. Das hast du jetzt gesagt. Ja, und? Ja. Haben wir Fackel? Ich bin nicht fett, ich bin flauschig. Ich auch nicht. Ich bin, äh, Dings. Flauschig. Promote mein Merch. Kennst du das Motiv? Das ist super. Ja, ja, klar. Das ist super geil. Hast du selber gemalt? Nein, Nancy. Nancy. Warte, Nancy. Kennst du mein Merch? Ja! Super gemalt, super gemalt. Ja. So. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, um was es geht, und in den Videobeschreibungen sind die Dinger verlinkt. In der Regel. Ja, auch wenn ich keine Regel hab grad, gell? Also, ähm, wo ist denn jetzt das ein? Das ist ja auch mehr so ein Frauen-Ding. Zum Glück ist keine Frau da. Also, Regeln, Regeln gibt's auch meistens beim Football und Fußball. Ja, oder auf Servern, wollte ich gerade sagen. Das wär vielleicht ein bisschen näher, aber ist schon okay. Ja, es gibt ne Menge. Was denn Titanium-Aluminide duchste? Das hört sich gut an. Äh, das ist Titanium. Titanium, ja, klar. Eine Legierung, wenn ich mal. Ich hab schon... Du bist die Haushaltskatze. Mach was. Haushaltskatze? Sie ist nach Tava, dachte ich. Wie, du kannst die Äpfel nicht essen. Nein, warte, warte, warte. Wenn das ganz lange dauert, dann nicht essen. Dann bringst dir das nichts. Aber ich hab's doch nie in Apfel gegessen. Du musst gucken, da steht dabei, wie viel... Oh, das wollte ich nicht geben. Nein, ich will nicht Snut essen. Ja, ich wollte dir einen Wurm geben. Da steht dabei, wie auch viel Essen da ist. Nein, ich will nicht Snut essen. Ich wollte dir einen Wurm geben. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich mein das nicht so. Miri, du hast das Wasser heiß gemacht. Jetzt kommt das nicht mehr. Miri, Miri, Miri ist so zu 500% Frau, dass die nur im Wasser stehen muss, damit es kocht. Das ist... Ja. Ich hab rein geblutet, das siehst du doch wohl. Soviel zur Regel. Ja. Ich ruf jetzt meine Mutter an, warum ich enterbt wurde. Ich glaub, ich weiß es. Ah, schön. So, wir haben gleich ein schönes Misch. Das heißt, Wasser kühlt wirklich nicht mehr, seitdem Miri das benutzt hat. Ja, wir müssen Eisblöcke machen. Wirf doch den Eisblock ins Wasser. Der ist müh. Wenn wir den Eisblock drunter stellen, dafür müssen wir Snow kompressieren. Das bringt uns nichts. Fuck. So, ich glaub, wir haben jetzt ein krasses Sieb. Wir haben jetzt die Möglichkeit, krasse Siebe zu bauen. Ja. Wirklich? Ja, vier Stück haben wir jetzt. Vier von den krassen Sieben. Anstelle, dass du das Eisen dafür verwendest, dass wir irgendwas cooles damit machen, machst du ein Sieb. Damit wir uns mehr Eisen machen können, du Baumi. Nein, das Wasser ist zugesandet. Warum benutzt du mein Sieb, Katze? Katze stirbt. Katze, geh weg da. Nicht, dass du das Ding kaputt machst. Haben wir sowas wie einen Eimer, damit ich hier Wasser auf mein Feld bekomme? Ja, hab ich. Aber dann nimmst du das Ding raus. Willst du mir erklären, warum du schon wieder tot bist? Ich glaub, ich bin überhitzt. Miri, da. Weißt du, wie du das Wasser kriegst? Hier, hier, hier musst du Kakteen reinmachen, in diese Barrels hier, die beiden hier. Oh, ich hab aber keine Kakteen. Ah, ich sterbe schon wieder. Dann bitte, bevor du das Wasser gesetzt... Also... Was? Ja, ja, nee, also... Stirb taktisch! Stirb taktisch! Genau, stirb taktisch. Ich weiß nicht, wie das geht. Taktisch sterben, das ist einfach. Einfach nicht... Bring dir Wasser zum Beispiel, Miri. Außer, es kühlt dich. Miri, ich mach richtig sterben, kannst du? Was kannst du ein Sieb? Nein, Miri! Nein, da ist okay, da darfst du sterben. Das Sterben alleine ist nicht schlimm genug. Wir müssen sie dabei noch traumatisieren, das ist wichtig. Das war fürchterlich. Ich will nie wieder sterben. Das verkürzt die Lebenserwartung, ist nicht gut. Oh, guck mal, ich hab einen Dirt gemacht. Ja, das war nämlich... Das war das, was ich gesagt habe, taktisch sterben. So sehr gut gemacht. Darf ich das ganze Zeug, das ich jetzt aus Versehen vom Sieb aufgesammelt habe? In die Truhe rein. In die Truhe, genau. Oh, diese Monster da draußen. Halt sie doch mal die Fressen, Mann! Ich könnte eigentlich jetzt gleich mal durchgehen und Genozid betreiben an denen. Bläh, 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 bläh. Achso, Miri, hast du eigentlich schon Sachen zum Anpflanzen? Im Notfall hätte ich nämlich noch Karotten und Potatoes. Ja, wir haben nämlich ganz viel Zeug beim Sieben gekriegt. Ähm, ja. Was? Ich bräuchte nur ein Feld. Ja, mach doch! Und ich hab keine Ho. Oh, Mann. Oh, ho, ho. Wieso gibt's Black Quartz? Warum gibt es hier so viele Ärzte, die ich alle nicht kenne, Katze? Ähm... Was war so nicht geplant, als ich das Projekt gestartet habe? Was, dass ich mich trotzdem noch besser auskenne als du? Was ist Black Quartz und was ist Flaxseed? Ich denke Flaxseed, nicht Flaxseed. Flaxseed, ja, ist egal. Flaxseed ist ein Seed, der uns Strings bringt. Drinks? Strings, ja. Also, Fäden. Achso. Und Black Quartz. Ich hab verstanden, Drinks und wir trinken. Warte mal, welches... Das Black... Ach, das ist schon Action Add-ons. Das ist cool, das mit Lasern und sowas. Wo du dann Sachen konvertieren musst und die werden dann zu was anderem und sowas. Cool. So, wir brauchen einen... Auch Sand. Das dann... Oh, das ist... Das wird schwierig mit dem Sand. Gegen Keller, die ich verbuddeln. Ich fühl mich gemobbt. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Dann fühlen Sie sich mal bitte von 13 bis 19 Uhr gemobbt. Dankeschön. Tschüss. Wo bekomm ich die Home her? So, ich muss mal ganz kurz einen Compress-Tammer machen. Weißt du, wie immer eine Home-Er? Die Katze, muss sie eine Tinker-Skonstruct-Hau machen oder kann sie eine Home-Er machen? Ich denke, dass sie eine Hatchet machen muss, ja. Was denn für eine? Hier so eine... So eine Mattock am besten, ne? Ja, genau. Das ist keine Hatchet, das hält sich Mattock. Ich möchte eine, mit der ich Felder bearbeiten kann. Wir haben aber keinen Stein. Kann ich das aus Kaktus machen? Ja. Kannst du auch mal so irgendwas... Ja, nein sagen. Du hast vor allem... Wir haben ja hier in der Kiste noch gar nichts drin. Keine, keine... Du hast ja noch kein Werkzeug gemacht. Nur Waffen. Ja, weil wir auch bis jetzt nicht mehr gebraucht haben, als das... Das ist total unproduktiv. Erstens, für dich immer noch Professor Doktor unproduktiv. Ähm, außerdem... Da hat er einer mit der Bratpfanne bekommen, ey. Da hat er einer mit der Bratpfanne bekommen. Das war... Das war nur was zu viel. Sag gegen meine Mutter, was du willst. Aber das war zu viel. Ich finde, du übertreibst. Ich habe es seit 100 Jahren nicht mehr übertrieben. Aber die Tool Rock, die kann ich doch auch theoretisch einfach einen Stick nehmen, oder nicht? Ja, ne? Äh, ne. Musst du mittlerweile in der neuesten Version in Tool Rock machen. Ach, Mann. Da sieht so ein Scheiß aus. Wo ist überhaupt hier der Stencil-Dingsbums? Gibt es jetzt einen... Einen pieksenden Stab. Ist mir egal. Was? Ja, du kriegst jetzt alles halt als... Als, äh, ne? Nein, nicht aus Kaktus. Und euch geht nichts. Wir haben... Soll ich das denn anfassen? Das ist mir egal. Das ist nicht mein Problem. Oh. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass wir Kaktus nicht einfach trinken können. Beziehungsweise essen können. Ja, weiß mal rein. Aber komm nicht zu mir, wenn du nachher überall die Splitter an der Zähne hast. Im Mund. Ich wundere mich eher über die Zunge beschweren, nicht über die Zähne. Ich hab'n Stachel am Zahn. Oh, tut mir leid. Och, Mann. Was denn? Mann. Machst du dich mal nicht über mich lustig? Mach ich nicht. Ich lache mit dir. Doch. Ich hasse dich. Ich lache mit dir aber, Louis. Ja, danke schön, Miri. Ich glaub, sie meint, du warst böse. Nein. Das meinte ich eigentlich. Nein. Doch, schon irgendwie. So, ich hab' hier mal Compressed Dust, nicht Danced gemacht. Danced. So. Die Spiky und Prickly. Hier, Miri. Ich kriegst du deine, deine, das, was du wolltest. Hier. Ich wollte aber nicht, dass sie weh tut. Nein, die tut nicht weh. Guck, sie sieht nur so aus. Ah. Mach mal richtig raus, was klappt ist. Ja. Wenn die kaputt ist, keine Ahnung, dann musst du sie mit Kaktus reparieren. Musst du mit Kaktus reparieren wahrscheinlich. Das Problem ist, ich bin halbtot und hab Hunger. Und was macht unser Apfelbaum? Nix. Der steht da. Äh, brauchst du nicht noch Bonenmehl? Ich hab Bonenmehl gemacht, Baloui. Jetzt brauch ich keinen Bonenmehl mehr, hab ich selber. Dann können wir doch noch auf den Apfelbaum, oder nicht? Ja. Wenn wir da mit Apfels machen. Ja, also hier mit Jerky kann ich zum Beispiel nix mehr futtern, das ist schon vorbei. Ein Apfel, zwei Apfel, ganz viele Apfels. Ich brauche sie. Gib mir ein, 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 gib mir ein. Weil die kann man doch ein bisschen auch. Äpfel habe ich auch acht Stück im Inventar. Oh, ich hasse euch. Was denn? Gib mir mal noch einen Apfel. Kasse. Wir haben auch einen Juicer, wir müssten dann bald einen Juicer bauen. Kasse. Ja, das wäre sinnvoll. Für die Äpfel, dann können wir nämlich zwischen Äpfeln und Juicern wechseln. Ich hab doch gekippt. Dankeschön. Jetzt regeneriert er schon fast wieder nix mehr. Oh, ich hasse diese Mod. Die mit ihrem Scheißessen, was man nicht essen darf. Oh, du hast das erst gestern gegessen. Als wenn ich nicht zwei Tage, drei Tage in der Nacht das gleich essen könnte. Wie soll man denn so überleben, ne? Was ist das denn das für eine Einstellung? Nee, das will ich nicht jetzt essen. Das habe ich gestern erst gegessen. Das esse ich nicht nochmal. Es geht um den Sättigungs- und Neutrin-Gehalt. Steht sogar an den Sachen dran. Neutrin-Value und so weiter. Weil, wenn wir zu viel davon gleichzeitig essen, vergiften wir unseren Körper. Das ist so das, was die Leute damit eingeführt haben. Ja. Hm. Okay. Super. Super. Wer immer das auf sich ausgedacht hat in der Mod. Glückwunsch an dich, du Arschloch. Ja, der Streik geht dann am Baloui, bitte. Der Streik geht am Baloui. Äh, ich hole nochmal einen Sand. Der Snatch steht im Weg. Hase dich, Katze. Was denn? Magst du keinen Snatch? Miri braucht Kakteen. Hast du noch Kakteen für mich? Ja, dann pflanzt du dich doch ab hier, Alter. Du kannst unsere ganze Mauer abernten. Okay. Den obersten nicht. Die ganze Mauer, nur den obersten. Miri hat gesagt, ich soll die Mauer abreißen. Ja, mach sie. Ist kein Ding. Ey, hör auf, hör auf, hör auf. Ich wollte nur, guck mal, die haben das gar nicht mitgekriegt. Die haben das gar nicht mitgekriegt, der andere Seite. Oh lol, der kommt Red Husk, ist gerade rausgeballert. Das ist gar nicht ein Kaktus. Ja. Ich weiß gar nicht, wie gefährlich so ein Kaktus sein kann. Wachse, wachse, Pflanze, wachse, wachse. Mann, da kommt nichts mehr rum. Die fliegen weg, Mann. Der Wind pustet mein Kakteen weg. Mein Kakteen weg. Ich finde das gar nicht so lustig. Guck dir das an. Ich will Kakteen sammeln und die fliegen einfach raus in die Wüste. Komm sofort zurück. Musst du hinterherlaufen. Nee. Guck dir das doch mal an. Das ist doch einfach nicht lustig. Flugzeug bei mir gerade übrigens, meine Damen und Herren, wenn ihr das hört. Aber ich habe das Fenster offen und bei dieser Jahreszeit kriegt ihr da auch kein Fenster zu bei mir. Au, 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 au. Der Stuttgarter Flughafen ist da um die Ecke. Ja, eben. Spinde, Spinde, Spinde. Das ist ja wohl. Ich habe gehört, der soll abgerissen werden. Echt? Was? Der ganze Flughafen. Ja. Das ist zu laut für die Stuttgarter und die ganzen Dieselabgasemissionen von den Flugzeugen. Und ich habe gehört nämlich, die haben auch bei den Dieselabgaswerten der Flugzeuge betrogen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das explizit die Stuttgarter waren, die da betrogen haben. Ist verständlich, ja. Aber irgendwann Flugzeuge ja auch mit Diesel fliegen. Nee, sie fliegen mit Kerosin. Ja. Du hast den Witz nicht verstanden, es tut mir leid. Ich habe ihn einfach nur ignoriert, damit du gegen die Wand redest. Das ist eine total dumme Katze. Oh, ein neuer Apfel. Ja, wir haben genug Apfels. Wir bräuchten jetzt mal was aus Äpfeln gemacht, Miri. Mach mal essen. Was soll ich denn tun? Miri, versuch mal an einen Stein und an eine Stone Pressure Blade zu kommen und einen Juicer zu erstellen. Dann haben wir zum Beispiel... Aber brauchen wir so viele Steine, dass wir... Wir kriegen ja gar nichts. Wir brauchen insgesamt drei Steine dafür. Nur mal so. Ja, wir kriegen gar nichts. Wäre es Tag, dann würden meine Pflanzen wachsen. Du könntest Fackeln daneben stellen. Die habe ich aber gerade mit unten. Mach ich. Aber ich habe nur zwei Fackeln. Ja, ich habe noch zwei. Wo willst du eine hinhaben? No, ne, meine Bäume. Autsch. Ich bin in den Kaktus gelaufen. Hier hast du einen Fackel. Miri führt eine sehr innige Beziehung zum Knuddel mit einem Kaktus. Hier. Ich habe sie gepflanzt, Mann. Mehr kriegst du nicht. Oh, shit. Kannst du die auch produktiv setzen? Anscheinend nicht. Hä? Die waren voll mega gut. Ich finde Miris Art zu kritisieren sehr interessant. Ich habe nur zwei Fackeln, wenn du liebfragst. Ich habe nur zwei. Ah, ne, ich habe noch weitere. Ich habe sie gerade gemacht. Das könntest du auch. Ne. Wenn man dann wüsste, wie man einen Stick an eine Kohle dran packt. Ja, wie funktioniert das nur? Wie braucht man die Fackeln? Du kriegst nichts zu essen von mir. Hä? Du kannst es natt essen. Ich will kein Natt essen. Bitte nicht. Doch. Ich habe einen Teppichlopfer für dich. Wer so gemein ist, der muss Natt essen. Ich bin gar nicht gemein. Ich habe dir geholfen und habe dir deine blöden Bäume ausgeleuchtet. Direkte Antwort wäre, ich bin nicht gemein. Ich bin bei Louis. Also Miri, mach mal ein paar Würmchen mehr. Ein paar mehr Strings und so, bitte. Strings hätte ich hier zwei. Ihr habt es schön und ich hätte 16 Würmer, wenn dir das reicht. Sind das jetzt deine neuen Freunde, die Würmer? Könntest du mal aufhören, die ich über mich lüfte? Das ist schwierig, wenn du die Stimme anschlägst. Hasse euch. Beide. Ach, gib es doch zu. Du hast es vermisst. Du hast es sehr vermisst. Nein. Doch, doch. Gib es zu. Bei Empire macht das keiner mit mir. Da nehme ich alle ernst, weil ich ein böser Magier bin. Ja, ich war auch in Empire-Folgen bei Louis. Und wenn ich mich nicht täusche, habe ich dich da sehr ernst genommen in meinen Folgen, wo ich dabei war. Ich habe Hunger. Ja, du darfst natt essen, weil du so gemein zu mir warst. Ich liebe dich. Ähm... Ich glaube, ich habe ein Loch gemacht. Wo? Draußen an unserem Flugzeug. Ja gut, wenn du da gleich ein Zombie auf den Kopf springst, hast du ein Problem. Willst du nur sagen, dass da jetzt ein Loch ist? Ja, das ist mir ja egal. Kann auch sein, dass das auf unserer Seite irgendwo ist, gell? Nee, auf unserer Seite hier scheint es... Direkt unter dem Flügel irgendwo. Ja, nee, hier ist alles d'accord. Wundervoll. Eutiger Bildungsauftrag. Lest das Wort d'accord nach. Kommt im Test dran. Ähm... Hast du Schnupfen? Mhm. Nice. Und ja, bei Schnupfen hustet man. Hast du Erkältung. Ja, hast du Erkältung. Wir haben so viel Powered-Powered-Tier schon schon Ärzte. Wir könnten schon ein ME haben. Und was macht der Wurm da drin, Mann? Ich habe den da reingesteckt. Oh, und da wundernst du mich noch, warum ich dich hasse. Wegen dem Wurm. Mama, gestern habe ich mir überlegt, warum ich Amadeus hasse. Wegen dem Wurm. Was ist ein kleines Würmchen jetzt? Miri, was macht das Gemüse hier? Oh, mal, schau mal, sieben, sechs. Warum brauchst du denn nur dreimal Reis? Wir haben doch so viele verschiedene Sachen. Ich habe keine anderen Sachen gefunden. Ja, weil Katze nichts gibt. Hi. Ich hatte Kakaobohnen. Oh, super. Guck mal, ich habe ein komplettes Inventar von Sand. Ich habe Kaffee-Seeds. Oh, willst du nicht Kaffee anbauen, Miri, glaubst du? Ja, dann bau Kaffee an. Aber ich glaube, die kann man nur an Bäume anbauen. Nein. Doch, ich glaube schon. Nein. Komm mal her und bau die an unseren Apfelbaum. Na, ich will, ich, warte, ich gucke mal erst mal, ob das so wächst. So gut. Wächst so. Ja? Ja, Kaffeebohnen ist ein Bodengewächs, siehst du? Kaffee ist übrigens auch lustig. Das gibt, glaube ich, sogar einen Speed-Effekt, wenn du es trinkst. Das kommt von Actually Addons, oder? Keine Ahnung. Ich habe es gerade reingesetzt. Kaffee-Beans. Hast du gerade was zu tun, Balugi? Mhm. Okay. Warum? Weil ich theoretisch auch noch Dust sieben würde. Und ich habe hier einen Compressed Hammer und noch ein Stick. Ich sage gerade dafür, dass wir Stein kriegen. Ist das besser? Ja, das ist okay. Das ist okay. Stein ist okay. Okay. Ich verhungere jetzt übrigens gerade. Ich hätte Rottenflash. Ich habe einen Apfel. Tim, Rottenflash kann man ja auch noch essen. So, stimmt ja. Das ist ja dann abwechslungsreich. Wir können ein bisschen rotieren, ja, was das angeht. Jetzt kann ich wieder Monster Drücken. Nein. Das kann ich nicht. Das ist jetzt zweimal Rottenflash, mir egal. Twice aus der 11-12-Food. Das ist nicht so gut. Wir haben zu wenig Auswahl momentan. Jetzt bin ich im Trinken grün und im Essen grün. Das ist bestimmt positiv. Jetzt, jetzt geht es rund. Jetzt kann ich nämlich hier Crucible. Ich habe unseren Apfelbaum erwischt. Was hast du gemacht? Oh, oh. Oh, da pflanzen neun. Oh, Miri, Mann. Da hängt noch der Apfel. Mann, oh. Wir haben nichts ähnliches wie Wayne Miner oder sowas drauf, gell? Ach, Sven, mir egal. Wir müssen auch die Folge beenden. Er hat einmal schon auf die Uhr geguckt. Wenn wir noch einen hinkriegen wollen, müssen wir das jetzt noch machen. Los. Miri, beende die Folge, bitte. Gut, dann beende ich hier die Folge, so wie bei Louis das möchte. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Da könnt ihr gerne bei den anderen beiden vorbeigucken. Die sind natürlich in der Videobeschreibung und bestimmt auch in der Endcard. Und ansonsten macht es gut. Oh, ne, fuckl. Bis morgen. Und bleibt schön feurig. Erster. Brrrr, maw. Throw your cranes up.